Als eine der bekanntesten ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen ist Eveline Bordecki aus dem deutschen Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Die Blondine glänzt nicht nur mit freizügigen Looks auf Instagram, sondern auch mit heißen Red Carpet-Auftritten. Mit diesem All-Black-Look landet Eveline Bordecki einen absoluten Volltreffer. In dem figurbetonten Kostüm posiert die TV-Blondine für die Kamera und lässt tief blicken. Kombiniert wird der Zweiteiler mit einem transparenten Mesh-Oberteil, das den Blick auf Evelines Dekolleté freigibt. Plateau-Highheels und eine kleine schwarze Tasche runden den sexy Look gekonnt ab. Die Haare hat die Blondine locker hochgesteckt. Ein ähnliches Outfit präsentiert Eveline Bordecki bei einer anderen Veranstaltung, allerdings in zartem Babyblau. Auch hier posiert das beliebte TV-Gesicht im Anzug für die Kameras. Den Zweiteiler rundet Eveline mit einem weißen BH-Oberteil ab, das ihre Oberweite zur Geltung bringt. Dazu trägt sie lila Highheels und eine korallenfarbige Tasche. Mit offenen, leicht gelockten Haaren und natürlichem Make-up ist die Blondine perfekt gestylt, wobei der Lippenstift natürlich zu Evelines Accessoires passt. Wahnsinn! Aber auch das Glitzerkleid bringt die Hammerbeine des Reality-Stars super zur Geltung und lässt die Blondine glamourös aussehen. Das Kleid unterstreicht Evelines Vorzüge und überzeugt mit einem tiefen Ausschnitt. Die schwarzen Plateau-Highheels lassen die Beine der Blondine besonders lang wirken und passen perfekt zur schwarzen Clutch. Die langen, perfekt frisierten Haare, die Eveline über die Schultern fallen, wirken in Kombination mit den roten Lippen einfach verführerisch.